Ja, sorry, da bin ich wieder. Ich musste kurz niesen, da habe ich noch kurz gespeichert und ja, bist da. So, ja, ich würde sagen, wir holen uns noch kurz einen Verbündeten und ja, noch aufladen auf jeden Fall, sonst wird es schwer. Okay, da können wir nicht zahlen. So, okay, ja, einmal aufladen. Und dann können wir direkt wieder zum nächsten Planeten fliegen und diesen dann erobern. Nicht zerstören, einen erobern. Können wir auch wieder verkaufen. Es ist gar nicht so schlecht, dass man die roten und die blauen immer bei mir gut verkaufen kann, stimmt vorweise. So, zudem, gehen wir auch noch mal kurz die blauen Dinger absaugen, nein, abbuchen. Danke. Und jetzt weiter zum nächsten. Und zwar da. Ein seltsames Schiff ist auf dem Planeten bis Kedo angekommen und verweigert jede Kommunikation. Ja, toll. Ja, da muss ich da gleich nochmal hin, zu diesem Planeten. Da muss ich da erst wieder hin. Ein seltsames Objekt näher sich den Planeten bis Kedo oder so. Könnte, könnten das die Koks sein. Ah, da hinten ist wieder so ein... Was ist das denn hier zu Fall macht? Äh, hi. Das muss ich nicht verstehen, oder? So, hier ist auf jeden Fall was. So, Schriftrollen des Glaubens. Ach, das gibt's auch noch. Toll. Echt super. Ja, was ist denn das jetzt? Ist das wegen meinem Verbündeten? Ist mir das nie aufgefallen, oder? Na, whatever. Ähm... Verbündeten Planeten. Ach so. Ja, gut. So. Musterreich. Ach ja. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen würde. Tut mir leid. Ach so, ja. Vielleicht könnte ich mal wieder den... äh... und guten Chaos-Joker grüßen. Oh, what the fuck. Lila, ne. Ganz viele Lila, ne. Ah, scheiße. Ja. Ja, tut mir leid. Ich bin mal kurz essen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und dann werden wir die... Vielleicht... Äh... Oder dann... Dann werden wir die Groks... Zerstören, falls das die Groks sind. Und ja. Bis dann. Joop. Da bin ich auch wieder. Und... Ähm... Ja. Ich hab sie jetzt schon rechts gesehen. Da. Die hatte ich... Gerade nicht gesehen. Die Groks. Ja, das sind die Groks. Und... Oh, fuck. Oh, fuck. Wir verkacken. Bääääh. In den Arsch. So. Ja, das stand gerade. Die verlassen jetzt... ...wieder den Planeten. Und wir haben verdammt nochmal gesehen... ...wie scheiße stark die sind. Die Groks. Also mit denen sollte man nicht spaßen. Und... Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was ich schon mal gesagt hab. Aber ich dachte früher immer, dass das... ...Ziel wäre, die Groks zu zerstören. Nein, also... ...kaputt zu hauen. Ist aber noch nicht so. Ähm... Ja, okay. So, gehen wir weiter weg. Und ja, ich merk schon, ich hab gleich das tolle... ...Vergnügeln. Äh... ...diese ganzen Einzelteile, die ich hier zusammenbastle... ...schön zusammenzuschneiden... ...und dann noch in die einzelnen Parten. Ja, das... ...das wird schön. Ganz mein Ding. Naja. Ähm... So, ich würd sagen... ...auf nach... ...Hadesneros. Und... ...ähm... ...ein weiteren Planeten... ...um einen weiteren Planeten einzunehmen. So, wir lassen die mal hier jetzt... ...erst mal kämpfen. Ähm... ...ich glaub, das ist ein bisschen leichter. Danke. Jetzt haben sie mir nur 45 gestartet... ...und ihm, keine Ahnung. Und ich glaub, das wäre ein bisschen... ...schlechter gewesen, wär ich... ...wenn ich jetzt direkt auf den Planeten... ...gegangen wär und dann... ...hätten die uns ja direkt mit den schweren Waffen... ...attackiert. Oh, fuck it. Okay, hier ist mächtig viel los. Diesen Planeten... ...lasse ich erstmal... ...so wie er ist. Also dieser Hadesneros... ...ist erstmal... ...jahr Hauptplanet. Ja, komm, jetzt vorsch' mal. Das hätt ich eigentlich an diesem T3... ...merken müssen. Naja, egal. ...dann gehen wir mal erst hier... ...ja, komm. Ach, scheiße, jetzt bin ich ja... ...doch näher dran geflogen. Egal. Ach, sogar nur eine Stadt. Total gut. Oh, ich geh schon sterben jetzt. Danke. Boah, wir haben ordentlich Minuspunkte. Minus 461. Unsere Bürger entführt. Minus für... ...unse Rohstoffe gestohlen. Minus 9. Ja. Pech, ne? Sie haben angefangen, ne? Ey. Aber diese Verbündeten, die sterben so schnell. Aber das... ...verbündete Raumschutz. Nicht alle. Aber es haut ja wieder ab, ey. So ein Penner. Ey, geh schon näher ran. So. Ja, dann... ...würde ich mal sagen... ...beanspruchen wir diese Stadt für uns. Hoffentlich. Äh, Geschütze. Ja, doch. Geschütze gibt's. So, jetzt gibt's keine Geschütze mehr. Und ihn wird's gleich auch nicht mehr geben, glaub ich. Haut ja schon wieder ab, dieser Penner, ey. Egal, natürlich noch ein paar von den Bürgern. Okay, bringt uns keine weiteren Minuspunkte. Schade, eigentlich. So. Jetzt wieder langsam. Vorgehen. Oh, fuck, ich bin ja fast tot. Das merk ich jetzt erst mal. Scheiße. Oh, nein. Wieso merk ich das denn jetzt erst? Plüschio-Reich. Jetzt bin ich gearscht, ey. Weil ich ja noch mittendrin bin. Komm, hau ab, hau ab. Ah, fuck it, ey. Jetzt bin ich... ...auf jeden Fall tot. Ey. Boah, ganz knapp. Ganz knapp. Okay, nein. Ich bin doch hingewiesen. Ich bin doch gut. Gut, er oft in den nächsten paar Ünigkeit. Ich bin doch shooten. Työ, kein 앞 helping. Ich bin doch gar nicht mitmachen. Haben wir auch noch mal Pluspunkte gebracht, oder wie? Ähm, äh, verbündete Raumschiffe nicht beschützt, minus elf. Ja, komm. Wird schon gehen. Ach, das geht auch. Jetzt wusste ich gar nicht, dass man das noch so schränken kann. Oh, naja. Ist auch egal. Ähm, so. Kurz die ganzen Planeten hier abklappern. So. Da auch noch mal fünf blaue Absahnen. Ja, komm. Und da auch noch mal. Was mir gerade mal einfällt, hier kann ich auch noch eine Kolonie einfach mal draufpacken. Theoretisch wird das gehen. Und die andere Stadt kann ich auch noch verbessern. Ja, wird noch eine draufpassen, eine Kolonie. Es muss noch ein wenig kälter werden, dann könnte ich hier sogar noch eine dritte draufbauen, eine dritte Kolonie. Ähm, ja, ist nicht schlecht. So. Eine packen wir mal... Ähm, 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 mal schön bei den Gewürzkaisieren. Oder auch nicht. Ähm. Direkt neben der anderen ist ja auch ein bisschen blöd. Oh, komm, komm schon. Wie mal nur Wälder hier. Da, komm. Irgendwie... Ähm... Würde doch ein Rot-Himmel ganz gut zu diesem... Wir gehen das nicht. Ach so, ist schon, oder wie? Ah, ist schon. So. Blaues Wasser. Toll. Na, lila, eine Geländefärbung möchte ich jetzt nicht machen. Ich wollte eigentlich einen Rot-Nimmel, aber hatte auch wahrscheinlich schon. Ähm... Ja. So. Also, erstmal Fabrik. Erstmal das Wichtigste. So, dann ein Haus und noch ein Haus und dann noch ein Unterhaltungsgebäude und dann noch ein Haus oder noch ein Haus. Nein, kein Haus mehr, sondern das ist ein bisschen billiger und hat die gleichen Erfolge. Scheiße. So, dann könnt ihr hier eigentlich auch nochmal eins hin. Danke. So, da kann auch noch eine Fabrik hin. Da kann auch noch eine hin. Und da kann auch noch ein, äh... Haus hin. Ähm, da... Kann auch nochmal ein Haus hin. Und da kann auch noch eine Fabrik hin. So. 120 die Stunde und 3 Zufriedenheit. Komm. Wenn das nichts ist. Und eine neue Plakette. Kolonist, zwei Plakette. Und das ist doch schon mal gut. Mittlere Gesundheit erfreut mich. Autoblaster erfreut mich. Kleine Protonraketen. Äh, weiß jetzt nicht genau, was es ist. Ich glaube... Ja, hab ich ja schon. Na, er freut mich nicht. Aber... Der Rest ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, komm. Ich möchte bauen. Danke. Ähm, so. Was haben wir hier jetzt noch? Ähm, ich könnte ich... Ähm... Ja, hab ich irgendwie ein bisschen blöd gebaut hier. Hm. Wo baue ich das denn am besten? Hm. Okay. Also gerade hatte ich das so... Das sind ja immer ungefähr die gleichen... Ähm... Zusammen... Beuten, mehr oder weniger. Oh, ich hab gar kein... Ah, doch, ich hab noch Geld. Terrascore zu niedrig. Na, komm, Pascha. Ähm... So, aber hier darf kein Haus hin. Sondern da muss das hin. Das muss weg. Das kann, wenn, dann hier dran. Und dann muss... Da ein Haus hin. Und... Warte, ich könnte das wegpacken und so. Ja, das ist besser. Bringt's mir so viel mehr? Nein. Okay, so. So passt es schon. Und... Ja, wir haben schon fast unser vierten Ding. Ganz da. Erreicht. So. Wie viel brauchen wir jetzt? 50 Koloniegebäude. Und wir haben 31. Also nochmal 20 drauf. Und dann haben wir's. Haben mal die nächste Plakette. So, und jetzt können wir nämlich hier auch ein bisschen mehr als fünf verpolen, sondern zehn. Oder nehme ich zehn. So. Und mach das mal ab. Ah, und da haben wir wieder schöne neue Sachen. Also Gesundheit, Kapazität und das hol' ich mir auf... Also Autoblaster hol' ich mir auf jeden Fall... Also 540.000 muss ich mir auf jeden Fall schon mal einsparen. Ähm... Na gut. Wird schon nicht so schwer werden. So, auf welchem Planeten war ich denn gerade? Hier war ich gerade. So, ja, kämpft man erst hier.